herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf diesem kanal heute zeige ich euch wie man mac ordner symbole ändert wie ihr schon sehen könnt habe ich auf mein ordner ordner symbole wie kamera musik und so weiter um jetzt ein symbol zu bekommen müsst ihr einen ordner haben der was dieses symbol auch hat und nun müssen wir in die informationen beider ordner und müssen das kleine ordner erkennt mit dem symbol anklicken dass es blau umfasst wird und jetzt drückt ihr cmd und c und jetzt habt ihr ihn gespeichert und jetzt machen wir das gleiche mit dem anderen ordner wo ihr das symbol haben möchtet und ihr drückt jetzt cmd und v und jetzt habt ihr ein symbol auf eurem ordner ich hoffe dieses video hat euch gefallen bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal